SWR 2 am Samstagnachmittag. Diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schließlich sind wir hier bei unserem Gastro-Tipp in SWR 2. Da hat nämlich ein walisischer Gärtner eine Zucchini präsentiert. Anderthalb Meter lang und fast 70 Kilo schwer. Eigentlich kaum vorstellbar. Aber das könnte Ihnen vielleicht auch passieren, wenn Sie Zucchinis pflanzen und die Frucht einfach mal sich selbst überlassen. Danach hat man auf jeden Fall ein kleines Problem, nämlich was tun mit einer solchen Riesenzucchini? Das weiß jetzt unser Genussforscher und Physiker Thomas Filges vom Mainzer Max-Planck-Institut. Hallo Herr Filges. Guten Tag Frau Arling. Herr Filges, ist Ihnen das eigentlich auch schon passiert, dass Sie Ihre Zucchini vielleicht nicht rechtzeitig geerntet haben und dann kamen Sie aus dem Urlaub zurück und kriegen erstmal einen gehörigen Schreck? Genau so ist es eigentlich passiert. Erstens hat man sie nicht gut gesehen. Die war gut versteckt zwischen den Blättern und dann ist sie ein paar Tage nicht da gewesen. Und dann plötzlich war die 30, 40 Zentimeter lang. Also auf diesen 1,50 Meter oder was das war, da bin ich nicht gekommen. Aber 40 Zentimeter, naja, das ist auch schon stattlich, würde ich sagen. Ja, vor allem der Durchmesser ist eben beeindruckend. Das waren also gute 10, 10 Zentimeter Durchmesser. Und da muss man sich was überlegen, wie man die wegbekommt. Weil wegschmeißen möchte man es ja nicht. Wegschmeißen geht gar nicht. Deswegen haben Sie ein Rezept mitgebracht heute. Das heißt Riesen-Zucchini mit Geschmacksverstärkung. Und das ist genau das Thema. Ich persönlich finde ja, so Zucchini schmecken nach nichts. Vielleicht tue ich dem Gemüse Unrecht. Aber wenn Sie schon auch von Geschmacksverstärkung sprechen, so ganz einen richtigen Geschmack haben Sie nicht, oder? Ja, das ist in der Tat. Die Zucchini, die haben keine vernünftige Bitterness, obwohl sie eigentlich zu dieser Sorte von Kurbis gehören, die eigentlich bitter sein müssten. Sie sind natürlich vom sonstigen Geschmack eigentlich sehr zurückhaltend. Das ist eigentlich eher so immer als Textur Gemüse. Also in Risotti mag ich es zum Beispiel. Dann sind halt viele Gewürze drumherum. Oder man muss sie halt wirklich ordentlich wurzeln oder auch vernünftig anbraten mit ein paar Röstaromen versehen. Und dann kann man die eigentlich gut essen. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann treffe ich immer öfter nicht nur auf grüne Zucchini, sondern es gibt auch gelbe und es gibt gestreifte Zucchini. Es gibt sogar runde. Also gibt es da einen Unterschied? Was macht denn diese Sorten aus? Also die Geschmäcker sind eigentlich nur in Nuancen verschieden. Das ist eigentlich manchmal schwierig festzustellen. Ich denke, das liegt aber auch an den Böden. Wenn es mal ein guter Boden ist, dann kriegen die ein bisschen mehr Geschmack oder wenn die Sonne ein bisschen mehr drauf geschieden hat. Aber ansonsten sind die eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Also die Runden, die mag ich eigentlich insbesondere, weil natürlich die lassen sich gut aushöhlen und gut füllen. Und dann kann man diesen Deckel oben wieder, also dann schneidet man eben ab und dann kann man das wieder draufsetzen. Und dann hat man so gefüllte Zucchinis. Das kann man mit allen möglichen füllen. Also ob das Hülsenfrüchte sind, ob das Hackfleisch ist oder ob das Tofu ist, was auch immer und ordentlich Wurzeln. Und dann kann man die eben gut im Ofen sozusagen garen, backen und dann hat man da ein schönes Gericht. Aber der Geschmack der Runden ist eigentlich marginal verschieden von den länglichen Zucchini. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Zucchini sind so als Texturgemüse ganz gut einsetzbar im Salat oder auch im Reis. Welche Nährstoffe liefert uns denn die Zucchini? Hat sie da einen Plus? Auch da sind die Zucchini zurückhaltend. Ich meine, es sind halt schon ein paar so Polyphenole sind da drin, die eben für den leichten Bittergeschmack verantwortlich sind. Aber ansonsten bieten die eigentlich jetzt im Vergleich zu Paprika oder Tomaten oder sowas, bieten die eigentlich relativ wenig nicht. Das ist in der Tat so, dass die einfach, ja die gibt es halt im Sommer und dann werden die eben verarbeitet. Die gibt es im Sommer, es sei denn, man lässt sie liegen. Und es sind ja, im Prinzip gehören sie ja zur Familie der Kürbisgewächse und dann werden sie eben so groß und auch die Schale so hart. Und sie haben dann auch ziemlich starke Kerne dann auch innen drin, wenn man sie jetzt einfach mal liegen lassen würde. Genau, deswegen habe ich sie jetzt speziell verarbeitet, weil ich möchte ja gar nichts wegwerfen. Und insofern habe ich auch das Innere, das faserige Frucht, sozusagen den faserigen Kernbereich und eben auch die größeren Kerne einfach auch getrocknet. Eigentlich in der Pfanne einfach nur getrocknet und dann ein bisschen zerstoßen und dann kann man gut mitessen. Das ist insofern nicht schlecht, weil natürlich zum einen hat dieses faserige, hat natürlich nochmal eine andere Textur, eben so leichte Fasern auf der Zunge. Das ist gar nicht so übel. Und die Kerne, die liefen natürlich schon ein bisschen mehr Geschmack. Das ist ja sozusagen auch die Saat, der Samen, der Zucchini. Und da ist natürlich alles drin, was Rang und Namen hat, was an Geschmack und eben auch an ein bisschen Protein und solche Dinge. Und insofern ist es eigentlich ganz gut, die Kerne einfach mit zu verarbeiten, als wenn sie so groß sind. Und wenn sie klein sind, dann spürt man die gar nicht und fügen zum Geschmack eigentlich auch nicht besonders bei. Also diese Kerne werden dann geröstet in der Pfanne. Ist das so eine Art Kransch dann, muss man sich das so vorstellen? Ja, das kommt immer darauf an. Also die Kerne haben natürlich so ein bisschen auch eine härtere Schale. Das kennt man ja auch von Kurbuskerne auch. Und wenn sie ganz groß sind, dann müsste man sie eigentlich schälen. Und dann macht man sich die Mühe eigentlich nicht so sehr und dann lässt man das einfach und beißt halt darauf rum. Aber wie sieht es denn nun aus mit Ihrer Geschmacksverstärkung bei Ihrem Rezept? Also was kommt noch dazu? Ja, also ich habe da einfach, jetzt habe ich mal was tatsächlich eben was Proteinreiches dazu gemacht. Zum Beispiel Linsen. Also es sollte eigentlich weitgehend vegetarisch bleiben, dieses Gericht. Habe dann einfach kleine Linsen genommen. Also diese Gourmet-Linsen heißen die heute nicht, diese größeren Teller-Linsen. Und die einfach gegart und einfach angewürzt sozusagen, also mit Weißwein, mit Zitrone. Und ich habe mir erlaubt, weil die Zucchini einfach so ein bisschen zurückhalten, die sind in ihren Bittertönen, habe ich den Linsen eigentlich auch noch einen Esslöffel Crampari dazugegeben. Das kennt man eigentlich so von dem Aperitif, nicht? Das ist schön bitter. Das ist ein schönes Orangen-Bitternetz, die man da hat. Und das macht dann so einen richtig guten, schönen Unterton. Und zusammen mit der Zitrone hat man dann tatsächlich so ein Zitrusaroma dabei. Und das Ganze habe ich dann noch mit Walnussöl, einfach, dass man gewisse Nusigkeit noch hat. Und wenn man damit die Zucchini jetzt zubereitet, also nicht zubereitet, wenn man das jetzt zur Zucchini sozusagen serviert, dann hat man dann schon was. Dann ist es günstig, wenn man die Zucchini tatsächlich in der Pfanne anbrät. Also ich schneide sie dann quer, hole erstmal dieses Kerngehäuse raus. Und diese Faserstoffe, die werden in der Pfanne geröstet, bis sie wirklich trocken sind, ein bisschen zerstoßen. Dann kann man die dann wieder da reinsetzen und dann die Linsen obendrauf. Und dann habe ich noch ein paar Karotten dazu gemacht, einfach, um nochmal so ein Wurzelgemüse zu haben, das eben auch so ein bisschen Power hat, was so auch geschmacksverstärkend wirkt und zusammen mit den Linsen. Und dann hat man die Zucchini angebraten, dann hat die so ein bisschen Röstaromen. Und dann ging das eigentlich sehr gut, konnte man sogar ein schönes Glas Wein dazu aufmachen. Ich glaube, das kann man bei jedem Ihrer Gerichte aufmachen, habe ich das Gefühl. Kommt immer gut. Es gibt doch so einiges, was man mit den Zucchinis anstellen kann. Das war unsere Empfehlung heute von Thomas Filges, Genussexperte und Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz. Das Rezept Riesenzucchini mit Geschmacksverstärkung finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage. Vielen Dank, Herr Filges. Sehr gerne, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.